Das Jahr 2017. Ein schönes Jahr. Auf diesem Kanal hat sich viel getan. Wir haben fast 90 Abonnenten erreicht. Aber nicht nur auf diesem YouTube-Kanal, sondern weltweit gab es Ereignisse, welche uns verändern werden. Anfang dieses Jahres ist die erste Rakete genauso gelandet, wie sie gestartet war. Durch einen der zukünftigen Revolutionäre unseres Jahrhunderts. Katalonien wird Spanien und somit auch die EU verlassen. Erneut soll Merkel unser Land als Bundeskanzlerin regieren. Am 25. September stieg Petri aus ihrer eigenen Partei aus. Am 1. Oktober dieses Jahres wurden Menschen bei einem Terroranschlag in Las Vegas, in Nevada, in den Vereinigten Staaten von Amerika ermordet. Es gab rund 59 Tode. Am 15. September 2017 in London wurden bei einem Terroranschlag in der U-Bahn rund 30 Personen leicht bis schwer verletzt. Am 17. August fuhr ein Lieferwagen in eine Menschenmenge in Barcelona. Vom islamischen Staat wurde dieser Terrorakt ausgeführt. Es gab 13 Tode und 120 Verletzte. Am 27. September trifft Hurricane Harvey mit 200 Stundenkilometer im US-Bundesstaat Texas ein. Dabei wurden Menschenleben ausgelöscht und eine Menge Menschen starben dabei. Dies sind alles Dinge, welche in diesem Jahr weltweit passierten. Wie man sieht, gibt es viele Dinge auf unserem schönen Planeten, welcher Zeit für Zeit zerstört wird. Wir leben nicht auf diesem Planeten, um diesen für unseren Nachfahren zu zerstören. Wir sollen uns alle mal Gedanken machen. Wir sind ein Wimpernschlag der Geschichte und sollten nicht der letzte Wimpernschlag sein. In Zukunft werden wir weltweit wieder Probleme bekommen oder teils Probleme, welche wir schon haben, aber nicht wahrnehmen wollen. Wie zum Beispiel, das Weiße Haus wurde für Trump als Kita umfunktioniert oder kleines dickes Kind spielt mit Atombomben rum. Dies sind Probleme der fernen oder auch nicht so fernen Zukunft. Nun ist es Silvester. Der Zauber des Neujahrs bewahrt uns vor bestimmten Problemen. Allerdings wird all dies irgendwann zu Ende sein. Und wie schon gesagt, alles was uns vor kleinen oder auch großen Katastrophen bewahrt, ist der wunderbare Zauber des neuen Jahres. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr. Klickt gern auf den Abo-Button, um keinen meiner Videos mehr zu verpassen. Somit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017